Ja, das hier ist Norddeutschland im Raum Hannover und hier ist sehr angenehmes Wetter, wie man sieht. Es ist zwar kalt, um die 0 Grad, aber wir hatten hier überhaupt kein Glatteis oder so. Kein Schnee, kein Regen, nichts. Richtig, heute war ein sehr sonniger Tag sogar, wie man hier sehen kann. Ich habe ein sehr guter Tag, aber ich habe da ein sehr guter Tag, das ist ein sehr guter Tag. Ich habe das gleiche Zeit, ich habe das Zeit, ich habe das Zeit, ich habe das Zeit, ich habe das Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020